Erinnert euch wirklich an Suchen, Sammeln, Kombinieren? Das Wichtigste ist auch vor allem, dass ihr richtig viel Spaß habt und auch vergesst eure Zeit nicht. Wenn ihr andere Escape Game Erfahrungen habt, denkt daran, dass es wirklich ein bisschen um Inhalt geht. Viel Erfolg! Was macht Jonas denn bei dem? Wir sehen nichts, ich sehe nichts. Es gibt ja einen Lichtschalter, sehr gut. Ich habe den Schreibtisch, ich habe den Schreibtisch. Also Leute, hier ist eine schwarze Lichtlampe. Ich habe einen Schlüssel und zwei Nummern. Was für Nummern? Glosbury! Was ist mein Passwort? Ist mein Kind dabei! Sehr geehrter Herr Parker, wir freuen uns auf den Besuch von Ihnen. ... und Herrn Glosbury. Als Zeichen der Wertschätzung ihres Besuches... ... habe ich Ihnen schon mal ein kleines Präsent mal hergelegt. ... der Ring ist mit besonderen Steinen aus einer unserer Minen bestückt. Dieses Stück steht für die außerordentliche Qualität unseresen völligen Steine. Schärfen! Weiter ranzoomen! Ich probiere es. Nochmal schärfen! Dann nochmal ranzoomen! Nochmal schärfen und dann nochmal ranzoomen! Nochmal schärfen und dann nochmal ranzoomen! Wow! Nice! Ich finde es jetzt doof, dass das Licht an ist. Können wir das wieder ausmachen? Na! Läuft bei euch! Hier, ich habe ein Zeichen! Ich habe ein Zeichen! Ah, sehr gut! Wow! Hier ist ein Dreieck. Hier sind überall Dreiecke drauf. Leute, wir suchen noch einen Schlüssel, der hier passt. Wow! Wow! Oh Gott, was machen die? Ja, sie kommen anscheinend nicht weiter. Und deswegen werde ich jetzt mal einen kleinen Tipp verpassen. Mal gucken, wie sie weiterkommen. Es fehlt nur ein Schritt! Es fehlt nur ein Schritt! Ja! Ja! Ach du Scheiße! Du Mathe-Genie! Ich sage Ihnen, den Schluck gibt es wirklich und wir werden ihn für Sie finden. Ich habe meine besten Männer auf Ihnen angesetzt. Wo sind die Beweise? Oh! Das ist dein leiblicher Finger! Oh, oh! Robert! Guck mal einen Magneten her, bitte! Ah, wir haben es nicht! Wir haben keine Idee! Mit den Streifen oder mit den kleinen Husten? Hättest du ja was verändert? Wir brauchen einen vierstelligen Code noch! Man, Leute, da sitzt irgendwas auf sich, ne? Ach, da liegt was! Da liegt was! Oh mein Gott! Ich habe die Idee überlegen! Ja! Okay, okay, mal! Wir müssen da rein! Ja! Probier nochmal ruhig einer den Licht scheitern! Ist das echter Stacheldraht? Ja! Okay! Ah, ich stecke fast! Verdammt! Verdammt! Na mal! Mann, hier einfach! Hier auch, oder? Ja! 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 Noch 24 Minuten! Ich würde meine Hand für Jonas ins Feuer lehnen! Hat das Ding eigentlich noch eine Bremse? Ja! 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 Ja!